so scheiße wie LOL okay LOL Ich würde eigentlich schon so sagen, hey cool, Ender hat auch Gulag geschafft, auf einmal ändert sich dieser grüne Pfeil zu einem roten Punkt Schon wieder wurde mir ein Gegner nicht gerendert Ja, bei mir auch nicht Hä, wieso wurde der bei mir nicht gerendert? Habt ihr das auch gesehen? Ich hoffe jetzt einfach, dass keiner versucht, mich hier irgendwie abzusnacken NEIN Als ob der Hedi so schnell runterfällt Ja, es ist so ein Ziel von der jetzt wirklich auf dem Dach vom Stadion Alter, nicht wahr Ey, guck mal, wo die Markierung ist Hä? Hm Wo ist... Hä? Wie kann das bitte schön... Die Markierung ist doch hier, wie kann der da oben drauf landen? WTF? Der haut ab mit dem Dings Der haut ab mit dem Dings Der haut ab mit dem Dings Ja, aber Hardbrake Hab ihn LOL War ein deutscher Nice needs Ähm... LOL, ich backe Was ist das denn? Äh, hab ich gerade auch gesehen, Nani Warum hat das? Hä, wir backe gerade vollkommen rum Ähm... Oh, schön, dass du nicht angezeigt wirst, dass du tot bist bei mir Ernsthaft? Ja Ja, kannst du wieder rauscutten dann Kein Thema für mich Alter Alter Ich lass es drin Argument... Tiere dagegen Okay, ich find's geil Wer von euch auch immer dieses Fahrzeug dahingestellt Hallo? Geht das? Es geht nicht 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 Ich kann's nicht machen Ja, ich hab's jetzt schon dauerhaft gedrückt Jetzt hab ich keinen Bock mehr Da kann mir das genug gestorben bleiben, ehrlich What the fuck? Also das ist bei dir nicht möglich, oder? Wie fragt es sicher? Wie jetzt? Hä? Das steht über der Hörber, aber wir haben gesagt mit guter Arbeit Mal gucken Das ist jetzt gezählt, aber nicht Du bist sicher Hä? 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 Was? Da oben drauf Ich versuch mal hier irgendwie zu überleben Warte, was? Hä? Ich hab gehört du hast geschmissen Ey, ne ne Irgends wird das jetzt wieder Ja Classic COD Warum hat das passiert? Ähm Ey, ne Wir haben die Ausrüstung geschmissen, aber die kommt nicht Die kommt einfach nicht Wie die kommt nicht Ey, das ist jetzt nicht wahr, ne? Die hat keinen Bock Ja, das ist so ein Bullshit Ich hab die Ausrüstung geschmissen Bei mir hast du die immer noch im Inventar Ja, bei mir auch Ja, okay, pass auf Dann müsstest du sie ja nochmal werfen können, oder? Ja Okay, oder ne Second Feldaufrüstung nicht bereit Ja, nö Ich kann so schön nichts drücken, wie ich will Ehrlich, also Nur was ist, wenn du jetzt auch ne andere Ähm Feldausrüstung, die jetzt holst Das würd mich halt interessieren Ja, dann ist es weg Leute Ich stecke den Tisch fest Ich befreie dich von deinem Leid Alter, was geht hier eigentlich ab? Ja, ich hab festgesteckt, ich kann mich die Waffen holen Ah, was auf Nein Oh Nein Alter Nein Ich komm hier nicht an die Waffen, man dran An den Gastank Ich hab den Gastank verbargt Äh, ich hör Thomas Nein Was machst du hier Vor allem das war sauerunfair Das war Wie geht uns? Ne, ne, ne Ich hab euch eigentlich beide mit Thomas erwischt Aber ich hab meine scheiß Beagle ausgerüstet Ja, du machst hier ständig für Anschlüsse Ja, du machst hier ständig für Anschlüsse Weh, du musst mal gut Weh, jetzt treff mich mal aus Versehen Da gibt's direkt ne Schottie rein Oh Gott Äh, Jammatoll Weil ihr alle so drecks incompetent seid Kommt, tut jetzt ja nichts abstauben Ihr seid so scheiße in TTT Äh, Jammatoll Weil ihr alle so drecks incompetent seid Kommt, tut jetzt ja nichts abstauben Ihr seid so scheiße in TTT Wir haben kein Recht und Ordnung besorgt Recht und Ordnung Easy Ja, euer Recht und Ordnung ist Gewonschettet Alle drei auf einen Schlag Warum ist hier ein Haus mit Wasser drin? Youtube, falls ihr das seht, bitte reportet Nils für Hassrede, danke Leute Ja, gut, ich bin, äh, haben nur noch 30 HP Oh, wait, what? Guten Tag, Sokrates Nein, 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 nein! Hä? MAAAN WASiche Elani Ich glaube das TTT explodiert, hier drin ist Okay, ich... Oh mein Gott Es gibt wirklich Schmerz. Zum Beispiel... ...Honasnöte auf der Welt... ...Krieg... ...Gebrüchenhausen. Das kam unerwartet. Ender, kannst du widerstehen? Ender. Ich kann nicht widerstehen. Ah, da steht sie nicht an. Ah, du bist doch scheiße! Ja, 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 ja. Der hat mit diesem Fass auf Ender gelaufen. Und dann hab ich das Fass abgeschossen. Spackt bei dir auch die Mintmühle immer ein bisschen? Oder läuft die bei dir flüssig? Nee, die läuft flüssig. Okay, bei mir spackt die rum. Nur, dass wir uns verstehen. Meine Fass... Besonders, ich wüsste noch nicht mal... Ich freu mich, wie ich den Stein sonst setzen soll, weißt du? Der ist perfekt mittig. Es ist ja. Ich glaub, ich glaub... Ich glaub einfach, dass bei dir irgendwas... Ich geh gleich heulen. Und ich setze ihn die ganze Zeit daneben. Gib mir einen Moment. Ich korrigier das jetzt, ja? Ja. Es ist so dämlich einfach. Okay, warte. Was passiert, wenn ich das hier mach? Ha! Ja, ja, warte. So, weg. Da vorne. Ja, einer ist da drüben noch irgendwo. Warte. Welche Platten hast du noch? Der rennt. K.O. In den Miniat. Ja. Zwei andere noch. Hier vorne direkt. Einer genockt. Genockt, beide. Beide tot. Die anderen müssen wir holen. Der ist der letzte. Easy. Oh mein Gott. Easy. Hä, was ist da los? Erste Runde in der neuen Season direkt Sieg. Oben. Wo? Wo? Ja, ist hier. Fuck. Schön, hast du... Ja! Woo! Nice! Run. Peace.